Wir schreiben das Jahr 58 nach Sissi. Die ersten Astronauten befinden sich auf dem Kreuzzug in entfernte Galaxien, um die österreichische Mawurscht-Kultur zu verbreiten. Auf Leber und Nieren geprüft, stellen sich die drei lustigen fünf mit mehr Mut als Verstand ihren Aufgaben. Darf ich jetzt fliegen? Na, später vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal, was sie uns da eingepackt haben. Bitte kein Sandwich. Na, schauen wir mal. Weil du es verschrien hast. Schweinsbraten ist keiner. Gibt es noch Handel? Wie bei der letzten Mission. Ja, voll. Das war echt schlimm. Dann hast du dich ziemlich hergerichtet, gell? Feuerskaliert. Ja. Ich hab dir ja gesagt, du sollst die Zündung erst lang aktivieren. Dann haben wir alles evakuiert haben. Ja, aber ich hatte sie ziemlich eilig, weißt du noch. Dann bin ich in einem Parkverbot gestanden. Ja, nicht zu schnell ernst. Was haben wir da? Das ist unser neuer Auftrag. Was ist das, was ist das, was du bist, was du bist? Tja, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ne, weg damit. Ja, da werden wir jetzt landen und dann gehen wir da rauf. Da, im ganzen Umkreis, da sind sicher andere Völker. Na, da müssen wir sich auf alle Fälle was mitnehmen zum Wegmarkieren. Letztes Mal sind wir ja drei Tage im Kreis gelaufen. Oh, dass wir da irgendwie gewusst haben, wo wir sind. So lange war das? Ich hol aber noch eine die A-G-D, oder? Ja, passt. Hoffentlich ist das mir eine gescheite Mischung. Weißt du, für keine Ahnung ist eh nicht sparsam. Aber nicht, dass du wieder zu viel erwischst, gell? Ja, jetzt kannst du leicht haben. Ich kann mich einfach nicht zusammenreißen. Fühl auf. Hört's einmal, da kommen ganz komische Stimmen aus dem Funkgerät. Nur nicht nervös wie ein Schnucki, das ist nur Englisch. Ich zeig dir das. Das ist Spaceship 16er Blech. I'll repeat. Das ist Spaceship 16er Blech. One, six, bravo, lima, echo, charlie, äh, Heinrich. Vinicius, erlaubnis zu landen. Roger. Bursche, ich bin wieder voll fett. Traut sich das Kassl oder bin ich das? Ja, ja, passt der. Ich hoffe es schon. Was, du fliegst? Was ist denn mit dem Schuh? Ja, der ist müde, der schläft ein bisschen. Ja, das Schnucki, weil du das einbaust. Dann lege ich alle auf. Okay. Okay. Ja. Okay. Vielen Dank.